und hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft ja draußen sind schon wieder monster die machen wir schnell tot ich zieh erstmal keine rüstung an okay okay wartet ich da liegt ein creeper ich glaube ich bin leute wir haben ein problem ich glaube ich glaube ich gehe kurz in kreativ soll ich erst mal gehen wir runter hier ist nix glaube ich hier wollte ich noch weiter bauen okay ein paar fackeln und hier noch eine okay jetzt will ich hier bauen okay das ist eine hülle oder so oder nicht oh nein das ist die falsche ich frage mich schon warum das so schnell geht und das ist die diamanten okay das ist die ich glaube ich habe das ist die 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 Was? Was? Was zum? Zu. Puh. Okay. Also da geht's nicht mehr. Geht's hier noch? Auch nicht mehr. Immer der... Auch nicht mehr. Bisschen Erde ist immer gut. Okay, hier seh ich wieder nix. Au. Und da ist wieder unsere Erde. Vielleicht baue ich hier noch einmal so rein. Und da ist wieder unsere Erde. Wenn die noch kaputt ist, ist doch ne gute Idee, oder? Die hat schon Schaden. Die hat Schaden. Na. Hau doch. Okay, noch ein Block, denn ist... Aber was für ein Block? Ach, das war ja der. Ähm... Okay. Dann halt noch. Eins, zwei, drei, vier. Baue ich noch ab und... Soll ich noch runter gehen? Ne, da gibt's eigentlich nicht mehr. Aber jetzt... Leute, soll ich jetzt in Kreativ gehen und die Zombies töten? Weil sonst ist hier alles weg. Oh, da habe ich Pfeil und Bogen. Zwei Bögen. Habe ich... Nein! Ich brauche noch einen Faden, sonst hätte ich's. Erst mal essen. Okay. Wo ist der Creeper? Da hinten. Soll ich den zu mir locken, oder so? Okay, ich komme nicht durch. Dann schnell. Kipp. Okay. Okay, okay, okay. Der wird so explodieren, Leute. Mach, bitte. Okay, ich bin auf Eis. Jetzt muss ich den nur ein bisschen zu mir locken. Na, komm. Creepy. Ach, jetzt hat er da keinen Block. Na, super. Ja, Mann, komm doch. Hier. Kann ein Küper in Wasser explodieren? Ja, kann er. Haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Und es wird nachts. Kann das nicht aufhören. Nein, bitte nicht. Bin ich behindert? Nein, bin ich nicht. Okay. Ich hab gedacht. Ja, ich hab gedacht. Okay, irgendwo war doch hier noch ein Skelett, oder? Nein, doch nicht. Ähm. Leute. Okay, jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. Okay, mein Hamster. Okay, hier hab ich ein bisschen noch Stein. Und ich sollte mal wieder, ähm, Dings holen, ne? Ich weiß jetzt, ich geh jetzt schlafen, steh auf und mach die Folge zu Ende. Okay, und das war's auch heute schon mit der Mini-Folge Minecraft. Leute, ich liebe das Spiel so, ich zockt es jeden Tag auf der Playstation 4. Ich weiß, auf dem PC kann man noch Bad Wars und sowas spielen, aber naja, sowas spiel ich halt nicht so gerne. Oder doch, ich spiel es gerne, aber irgendwie, ne, das ist nicht so mein Ding. Okay, dann waren das auch schon die 10 Minuten. Haben wir noch Knochen? Nur gucken, ob wir noch Knochen haben, Leute. Was war das? Zucker. Vorher hab ich Zucker. Okay. Denn das war's auch heute schon mit der Folge Minecraft und tschüss.